herr hey ho was geht zocker mazade ist am start und heute zocken wir wieder kohaft jo in der letzten folge da bin ich ein bisschen eher ausgerastet weil das war wirklich scheiße hier jeder ging nur auf mich hackers und so und ach das macht eigentlich keinen spaß mehr wo was geht hier ab nein was hat der denn für ein skin geil ein holz skin nein lass mich ich will den holz skin töten ja genau komm eins was ist eins gleich gleich nein man gleich gleich ich bin ich bin ich bin gerade in der auf auf so so ja die letzte folge ja hallo youtube schreibt ja grüßen grüßen natürlich zurück was machen wir komm jetzt das freut das freut mich das freut mich hallo hallo ich habe ihn nicht getötet nein nein ich habe ihn nicht getötet komm geh weg du boah das war nice alter leute dazu sage ich jetzt nix mehr ich wusste dass heute der tag wieder bisschen ich habe ja gar nicht so viele sachen bekommen dass dieser tag bisschen besser wird habe ich schon so vermutet aber was ist bis jetzt ist es schon mal gut bin ich heute diesmal nicht zu spät aufgestanden und ah ja boah das wäre jetzt so nubisch wenn ich dann jetzt nicht schaffe nein 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 ihr schlägt mich nicht hier runter das ist assozial leider warte ich muss grad schreiben man alter du gehst mir grad auf den sack ne ich kann jetzt nicht schreiben bei pvp angriff wo ist denn der ding geflogen weiter wie da ist äh dankeschön pp die scheiße was mache ich jetzt leute meint ihr es klapp wieder stopp er warte das seit zwei Jahren es hat geklappt Leute man muss richtig schnell reagieren Alter das ist richtig hart oder die Schachter alle 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 durchsicht alle auch der war nice ich hätte eigentlich gewonnen aber der hat mich ja zuerst mit dem verzauberten Bogen abgeschossen ich will meine Sachen wieder haben das weißt du schon das ist das sind meine Sachen willst du mich verarschen ah Neuling das freut mich ich höre ein Chibi kommen ich hab dich genau gehört du okay wir machen was ist mit dir nö 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 da machen wir Team ist mir auch recht ja das ist ja gut Angriff Angriff oh oh sorry 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 es läuft ja wie ein Schnürchen hallo boom boom und was ist das für ein Bogen Stärke 1 der Baum ich dachte wir machen Fien oh hey ich hab was mit jedem Frieden hier das ist ja Alter ich komm ja richtig schon durcheinander vor oh der Baum hey der Baum Alter ich dachte wir wollen 1 gegen 1 machen ich dachte du bist ein ist das hat der nicht geschrien dass er ein Abonnent von mir ist dann soll der mich mal in Ruhe lassen boah das war mal scheiße knapp ah jetzt hat er endlich gerafft nach paar Schlägen bis ich down bin hat er es endlich gerafft Alter oh das war so knapp Alter gg 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 sag ich schon boah boah das war doch scheiße knapp oh töte ihn perfekt wer ist das denn jetzt schon wieder wer klingelt denn da schon wieder macht jemand auf ist der Postbude oh bitte ist das meine Kamera jung wenn das jetzt meine Kamera ist dann okay war glaube ich der Postbude alter was geht der mit dir ab boah 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 junge der war nice ja war der Postbude geil ich muss gleich mal gucken man Friede an Friede annehmen wenn das ein Abonnent von mir ist dann nehme ich ihn gerne an oh ja ich habe ihn auch noch gekillt Alter gg oh bitte ist das meine Kamera alter bom boah nein bist du mir kannst du mit kannst du mit Friede 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 annehmen na gut wenn er auch Fan von mir ist dann nehme ich ihn auch gerne an ich achte er Prozent die Achso, okay, ist er Frieden? Okay, 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 okay. Kommt die Folge. Morgen. Uh. Sexy. Geile Scheiße. Okay. Was? Ab hoch hier. Mann, ich sehe ja gar nichts. Danke. Danke dir. Wie viele Minuten sind wir denn schon? Zwölf. Oh, geht. Oh. 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 Bum. 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 Bam, 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 bam. Oh. War der bei uns? Sorry. Alter, geh mir nicht auf den Sack, du... Ach. Oh, komm, komm, komm. Alter, wo bist du? Wieso? Will dir die Sachen... Oh, Mann! Maxi Place, du... Was machst du? Mann, was ist das so Bullshit hier? Dieser... ...kanadischer Fäcker. Ach, komm, Leute. Ich guck gleich mal, ob ich die Kamera bekommen hab, wenn ich... Dein... Naja, ne. Dauerts noch. Okay, Leute, ich sage mal, ne, ich bedanke mich sehr vielmals fürs Zusehen. Ich hab grad so ein Scheiß geredet, keine Ahnung. Äh, ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Craft wieder. Bis dann. Ciao mit V. Ciao! 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 Vielen Dank.